In diesem Film nimmt der Trainer die Grundeinstellungen vor, um die Kompatibilität mit Contribute zu gewährleisten. In dieser Lektion möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie die entsprechenden Parameter in Dreamweaver einstellen, um eine Verbindung zu Contribute herzustellen. Wir haben ja ein Dokument erstellt auf Basis einer Vorlage. Ich gehe mal kurz in die Entwurfsansicht. Hier ist also unser wiederholender Bereich und die entsprechenden bearbeitbaren Bereiche innerhalb des wiederholenden Bereiches. Und genau die kann man halt dann über Contribute ansprechen und dann auch entsprechend bearbeiten. Gut, ich gehe mal in den Bereich Dateien. Das ziehe ich mir hier einmal heraus. Und gehe gleich in Sites verwalten. Vorlagen bearbeiten. Und hier habe ich also jetzt natürlich meinen lokalen Stammordner, Standardbilderordner, die HTTP-Adresse. Das ist alles ja ganz normal beim Einrichten der Site schon geschehen. Jetzt kommen wir zu den Remote-Informationen. Hier müssen Sie also entsprechend den Host angeben, auf den das Ganze übertragen werden soll. Hier natürlich Anmeldung und Kennwort. Passives FTP verwenden ist okay. Und hier ist sehr wichtig jetzt, dass die Dateien beim Ein- und Auschecken, dass das aktiviert ist. Also, dass man immer sehen kann, ob Dateien ein- und ausgecheckt sind. Das sehen Sie gleich hier dann im Bereich der Seiten, was es damit auf sich hat. Und Sie sollten hier auch Namen von Auschecken, Ihren Username angeben, der ist frei wählbar. Und natürlich Ihre E-Mail-Adresse, dass Sie im Falle von Änderungen auch benachrichtigt werden können. Okay, das ist das eine. Test-Server brauchen wir nicht. Versionskontrolle, Cloaking auch nicht. Design-Notes, das sollte hier auch beides aktiv sein. Design-Notes für gemeinsame Nutzung bereitstellen. Das sind halt diese Notizen, die angelegt werden, damit man sehen kann, wer eine Datei ein- und ausgecheckt hat. Das muss also ebenfalls aktiv sein. Und dann haben wir hier den Bereich Contribute. Und dann sollten Sie hier auch entsprechend Contribute-Kompatibilität aktivieren. Dieses Häkchen setzen. Und hier unten ist halt der Stammordner, zu dem das in Contribute geht. Ja, und das ist eigentlich soweit erstmal alles. Dann sage ich hier also einfach mal OK. Fertig. Und dann gehe ich hier kurz mal in die doppelte Ansicht. Und klicke hier auf die Verbinden-Schaltfläche. Und hier anhand dieser roten Häkchen sehen Sie halt entsprechend, ob eine Datei ein- oder ausgecheckt wurde. Wenn die Datei also eingecheckt wurde, sehen Sie ein rotes Häkchen. Einchecken bedeutet, da arbeitet jemand dran. Und wenn die Datei dann entsprechend ausgecheckt wurde, haben Sie ein grünes Häkchen. Das heißt, die steht halt wieder für alle zur Verfügung. Das ist ja einfach ein Hinweis, wenn man im Team an einer Site arbeitet, dass man einfach sehen kann, da arbeitet momentan jemand an dieser Seite. Wenn ich dann hier mal etwas nach rechts scrolle, dann sehen Sie hier hinten auch entsprechend den Namen desjenigen, der ausgecheckt hat. Und wenn ich da draufklicke, könnte ich jetzt halt da entsprechend auch eine E-Mail hinschicken. Das muss aber entsprechend konfiguriert sein. Gut, das soweit OK. Damit haben wir im Dreamweaver die Einstellungen vorgenommen, die wir brauchen. Und dann können wir uns in der nächsten Lektion dann mit Contribute beschäftigen. Und dann können wir uns in der nächsten Lektion dann mit dem motherboard kritisieren. Und dann werden wir ihm schon wieder fartieren. Das führt peaks zurecht. Um das erste Mal. Treffen und Einschickenrad. Du hast es Zeit, dass du da drin schottst. Vielen Dank.